Mit dem teilautonomen Mäher Cosmos zeigt der Schweizer Hersteller Rapid eine clevere bodenschonende Alternative zum Traktor beim Mähen und bei der Grünfutterernte. Agra heute konnte sich die Maschine exklusiv auf einem Ökobetrieb in Niedersachsen anschauen. Den Landwirten ermöglicht er eine sehr bodenschonende, effektive und effiziente Bearbeitung der Grünfutterernte und hat dazu die Vorteile von der leichten, sehr niedriges Gewicht, ist sehr effizient, bodenschonend und fördert die Biodiversität mit dem Doppelmesser Mäher. Neben einer manuellen Bedienung mittels Funkfernbedienung kann der Cosmos auch teilautonom mit Satellitenunterstützung arbeiten. Die nötigen Einstellungen werden mittels einer App vorgenommen.